moin ihr lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal heute schminke ich mit euch ein full face first impressions oder second impressions weil einige habe ich dann ein zweimal schon mal benutzt aber es sind auf jeden fall die neuesten produkte die in meiner sammlung sind wenn euch das interessiert dann bleibt jetzt einfach dran so ja ich komme gerade aus der dusche deswegen sind die haare noch nass setzen wir einmal ein haar reifen auf damit meine haare aus dem gesicht raus sind und wir starten einfach mit einem primer würde ich sagen mein aktuellster primer ist der what's your fruit mode primer von essence aus der what's your fruit mode le den habe ich noch nicht so oft benutzt das ist ein jelly primer der ist auch richtig gelartig ich glaube ich habe ihn ein paar mal benutzt er riecht nach wassermelone ja und er ist halt im sommer schön kühlend kann mir auch vorstellen dass man den im sommer gut ins nicht eiswach hier im kühlschrank tun kann glaube dann könnte er sogar noch erfrischender sein ja meine hautrötungen lassen wieder grüßen lasst euch davon bitte nicht beeindrucken ich bin auch so doof ich wollte den primer auf einer seite machen auf einer nicht dann hole ich ihn hier auf der seite wieder runter ich habe sowieso tücher vergessen so auf dieser seite habe ich ihn jetzt wieder runter geholt den primer also ich trage jetzt nur auf dieser seite einfach um festzustellen ob er irgendeinen effekt macht oder nicht also bis jetzt fühlt sich die haut hier etwas klebrig an aber auch schön durchfeuchtet schauen wir mal foundation habe ich jetzt hier diese kaschen foundation von physicians formula die habe ich noch nicht ausprobiert das ist das mineralware all in one kaschen foundation ja genau die ich auf jeden fall mal ausprobieren dafür nehme ich aber nicht diesen schwamm hier drin wir wollen ja auch fair sein so so sieht das aus wir nehmen jetzt mal so ein pinsel hier um das aufzutragen da dippen wir rein kommt auch was auf dem pinsel ich bin mal gespannt die farbe okay die farbe ist nicht so meins würde ich sagen aber wir lassen uns davon jetzt mal nicht beeindrucken sondern geben das einfach mal auf da kann ich nichts für weil die war in dieser physicians formula surprise box drin und da war nur eine farbe ich bin gleich hummus simpson ich sag's euch ich werde auf jeden fall gleich mein hals mitmachen müssen also ich kann euch so schon mal sagen ich glaube dieses produkt wird ausziehen weil dass sie überhaupt nicht meine farbe ist also sorry leute abbauch ich kann das nicht auftragen guckt euch an die orange das ist hier also nee sorry das ist gar nicht meine farbe wird direkt aussortiert ich schmink das mal eben ab und ja holen wir was neues tut mir leid aber das kann ich ja so schlecht bewerten wenn das so eine schlechte farbe ist deswegen zieht das direkt aus ja ist zu dunkel also nichts für mich stattdessen habe ich mir jetzt hier die l'oreal skin paradise tinten water cream geholt in der farbe was habe ich denn hier genommen light 03 mal gucken ob die besser ist die habe ich auf jeden fall auch noch gar nicht getestet es wird auf jeden fall jetzt interessant ich gebe mir ein bisschen was hier auch meine schale ist gerade eingefallen ich musste ja mein pinsel ein bisschen sauber machen sonst ist er ja noch habe ich von der komischen foundation so ich habe den pinsel jetzt ein bisschen sauber gerieben ich hoffe das funktioniert jetzt genau dann geht mir die jetzt hier auch meine haare ich glaube das ist ein bisschen besser ich glaube die resten die ihr jetzt da seht sind noch die foundation aber sieht definitiv schon viel besser aus also viel passender auf jeden fall lässt sich auf jeden fall schön aufbauen wenn ich aufbauen auftragen hätte vielleicht einen ganz neuen pinsel nehmen sollen aber naja wir wissen ja dass das ein bisschen vielleicht das ergebnis verfälscht hier und ich gehe gleich nochmal mit den schwamm drüber also das sollte trotzdem funktionieren so jetzt habe ich grob das alles aufgetragen jetzt blende ich das hier ein bisschen mein hals runter also es ist auf jeden fall sehr sehr glowy ich glaube ihr seht das auch aber ich puder ja auch meine tagescremes ab also demnach ist das nicht so schlimm genau jetzt nehme ich hier ein schwamm ich glaube der ist von ebelin und ein bisschen thermalwasser um den anzufeuchten ein bisschen und arbeite das noch ein bisschen hier ein also die farbe ist glaube ich auch einen kleinen tick zu dunkel bei euch sieht das glaube ich recht passend jetzt aus aber bei mir spiegel sieht das schon ein bisschen dunkel aus aber es ist auszuhalten sagen wir es mal so ja macht auf jeden fall auf mich einen guten ersten eindruck hat kaum deckkraft aber gut das habe ich jetzt auch nicht erwartet und ja farblich naja muss ich noch mal gucken wenn ich nicht in komischen pinsel benutze und ja sehr sehr glowy also ich muss das auf jeden fall abpudern so das hier ist eher so eine second impression nicht weil ich habe dennoch nicht benutzt der hatte ich nämlich in der essence surprise box aber ich hatte ihn früher mal aber ich weiß gar nicht mehr wie ich den fand um ehrlich zu sein dürfte jetzt glaube ich auch sehr hell sein also auch wenn er von der farbe überhaupt nicht passt werde ich ihn auch aussortieren ja ich glaube der ist viel viel zu hell für mich aber wir ziehen das mal durch ne kinas gut dass ich nachher noch raus will den habe ich übrigens in der farbe 10 natural beige also natural beige ist für mich was anderes definitiv mich nervt hier eine fliege mein mann ist nicht zu hause um sie zu töten weil ich kann keine tiere töten auch wenn sie mich noch so sehr nerven das muss dann immer mein mann machen also irgendwie sehe ich gar nichts von dem concealer ich mache unter dem auge noch mal eine schübe drauf jetzt sehe ich ein bisschen was aber immer noch nicht sehr viel ich weiß nicht der sagt mir nicht so zu und ist auch nicht meine farbe deswegen liegt er direkt wieder so bei puder habe ich mir das hier von crt ausgesucht das extra ordinary translucent powder das war glaube ich in der letzten glossy box drin das habe ich auch noch nicht getestet da ist auch noch hier der klewi drauf und das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren so da ist so diese ist ja glaube ich üblich bei denen dass da hier diese schleife drin ist das ist ja deren logo ich gebe mir ein bisschen was in den deckel es ist ein weißes puder aber es soll ja translucent sein ich bin mal gespannt ich nehme diesen großen catrice pinsel und gebe das ein bisschen erstmal hier hin eigentlich unter das auge aber mein pinsel ist jetzt zu groß deswegen geben wir das einfach ein bisschen so overall ich meine ich muss sowieso alles abpudern ich versuche jetzt habe zwar unter den augen schon mal gepudert aber ich puder jetzt erstmal eine seite dass ihr das ein bisschen seht was das puder macht also ich würde sagen das hat sehr schön abmattiert seht ihr den unterschied also ich sehe ihn im spiegel auf jeden fall hier ist es matter als dort aber trotzdem hat das immer noch so einen leichten glow gelassen das gefällt mir ganz gut machen wir das andere nochmal ich glaube da stand auch was mit healthy glow oh schon da was weiß ich nicht ne na vielleicht habe ich mir das auch eingebild meine nase braucht immer relativ viel puder übrigens was mir gerade eingefallen ist normalerweise gehe ich auch mit meinen schwamm unter das auge und gehe dann so in das puder rein hier und presse das unter das auge um den concealer zu setten gut dass mir das jetzt spontan mal einfällt aber das puder macht auf jeden fall einen sehr sehr guten eindruck das gefällt mir bisher sehr gut und es sitzt auch nicht irgendwie eklig auf der haut oder so ne finde ich gut das darf erstmal bleiben ich sehe übrigens nicht dass der primer einen großen unterschied gemacht hat seht ihr einen unterschied also ich bisher nicht hier ist die primer seite da ist die seite ohne primer also bis auf dass sie der haut ein bisschen feuchtigkeit gibt glaube ich macht er nicht so viel ist eher so eine spielerei ne so bei bronzer habe ich mir hier von love and laetitia lemarque die palette rausgesucht weil ich benutze sehr sehr wenig paletten ich weiß nicht ob ihr das wisst aber es ist jedenfalls so und ja die habe ich noch nicht so viel ausprobiert und da will ich heute den bronzer testen ich tupfe da ein bisschen rein klopfe hier ein bisschen ab oder klopfe auch nicht ab und gehe direkt ins gesicht ja ich sehe einen effekt aber es ist relativ neutral für meine verhältnisse ne also manche denken sich wahrscheinlich schon Uschi du hast da voll viel produkt schon im gesicht und ich sag mal so ja nein also bronzer bin ich ja wirklich viel für und ähm ich mag auch viel bronzer aber es ist ja geschmackssache aber ich finde gerade so im spiegel sieht meine haut richtig richtig schön aus gefällt mir sehr gut darf auch erstmal bleiben als nächstes bei blush habe ich mir hier die BH chocolate cherry truffle palette ausgesucht weil die habe ich auch noch nicht so viel benutzt ich nehme jetzt mal so die bräunlichen töne hier wo es hat extrem kickback in der palette ich lege mir mal lieber das papier auf den schoß ja ist auch sehr gut pigmentiert müsst ihr ein bisschen vorsichtig an die sache rangehen aber sind auf jeden fall sehr schöne farben die gibt es auch in unterschiedlichen tönen die gibt es auch in pg und in etwas rosiger und etwas orangener und etwas brauner und ich habe mich overblushed ja so schnell kann das gehen naja passt schon ne also wenn wir hier bei maxim giacomo wären dann wäre das gerade so der anfang wo er gerade anfängt den blush aufzubauen also diese palette mag ich auch sehr gern und kann ich euch auch empfehlen bei highlighter will ich jetzt mal hier die huda beauty palette benutzen die ich von charlene bekommen habe weil die habe ich immer noch nicht getestet ich weiß nicht mal was ich da nehmen soll das ist alles so ein bisschen sehr auffällig ich nehme jetzt mal hier den der ist so ein bisschen gelblich ausblenden sagen wir mal intensiv ja mensch das wird lustig wenn ich nachher noch weggehen ja also die haben richtig kavums ob ich mich auf dauer mit den farben anfreunden kann weiß ich um ehrlich zu sein noch nicht wir werden sehen und die umverpackung kommt jetzt mal weg das nervt mich so dann machen wir mal weiter mit fixing spray da habe ich mir so ein mario badescu face spray set geholt ich weiß das ist nicht unbedingt ein setting spray wird aber viel als solches benutzt oder nehme ich jetzt hier das grüne das facial spray mit aloe cucumber and green tea ok let's go hat einen sehr angenehmen sprühkopf und auch einen sehr angenehmen geruch nicht extrem doll parfümiert aber schon parfümiert aber riecht sehr frisch und gesund meine base gefällt mir gerade echt gut auch wenn alles ein bisschen doll ist aber doch macht einen super ersten eindruck darf bleiben augenbrauen kinders da probiere ich jetzt mal aus von hypo allergenic den precise brow pencil da habe ich die farbe genommen 0 3 wir hoffen mal dass die farbe passt das ist so ein kleines der hat da so eine mini spitze und das probieren wir doch erstmal ich habe so ein ding vergessen egal wir machen das jetzt einfach so der augenbrauen stift den dürft ihr nur ganz leicht benutzen weil der sehr sehr viel farbe abgibt und das gefühl habe wenn ich jetzt zu viel zu viel farbe hier hingebe dann ist das nicht mehr so ganz optimal weil das sehr sehr dunkel ist ja ich muss mir jetzt mal angucken wie das ausgeklemmt aussieht also die farbe ist okay würde ich sagen ich mache jetzt mal die andere seite und dann käme ich das gleich mal aus also dieser stift wird sehr sehr schnell alle gehen das auf jeden fall so soweit so gut ja wie gesagt der geht sehr sehr schnell alle weil der sehr wachsig cremig ist ich kenne mir jetzt kurz die augenbrauen aus und dann geht es weiter so sorry wenn sich jetzt das bild ein bisschen verschoben hat ich muss meine kamera ein bisschen laden und dafür musste ich näher an die steckdose rutschen ich habe das jetzt durchgekämmt also so ein bisschen ausgekämmt und da ist es jetzt deutlich besser also mit diesem stift müsst ihr definitiv danach eure augenbrauen härchen ein bisschen auskämmen und dann ist das sehr gut das darf auch erstmal bleiben dann möchte ich ausprobieren den nix control freak den habe ich bei der mietchen gesehen die ist hier auf youtube auch vertreten aber hauptsächlich eigentlich bei instagram sehr aktiv was heißt hauptsächlich hier genauso aber bei instagram macht sie halt regelmäßig story ich verlinke euch auf jeden fall ihren youtube account mal hier oben hier oben hier oben glaube ich ja das macht einen sehr guten eindruck wir warten mal bis das getrocknet ist und dann kann ich euch was darüber sagen ob das die härchen richtig festhält da sage ich dann später noch was zu bei eyeshadow base nehmen wir hier den mac paint pot in der farbe soft ochre ja den der ist nicht neu aber das ist meine neueste eyeshadow base quasi finde ich auch ganz gut gleicht schön das auge an und ja genau verdeckt auch so äderchen und so ich weiß das ist eigentlich ein lidschatten von mac aber ja das ist ja schon schwer im trend oder war schwer im trend die als lidschatten base zu nehmen ich bin ein bisschen spät damit aber sagen wir es mal so ich bin mit auf den zug aufgesprungen ich finde das auch sehr gut als lidschatten base kann ich auch empfehlen hält euch auch ewig so ein pot so als lidschatten palette habe ich mir ausgesucht die essence love what you do palette die war auch in irgendeiner box ich glaube in so einer glow box war die drin und die habe ich auch noch nicht so wirklich benutzt die hat sehr natürliche farben und die probieren wir jetzt einfach mal aus als erstes gehe ich in so einen großen blendepinsel und in die farbe good times das ist einfach nur ein hautfarbener ton und damit sette ich so ein bisschen die base das mache ich nicht immer aber ab und zu die palette krümelt ziemlich also hat kickback finde ich persönlich aber nicht so dramatisch solange sie auch gut pigmentiert ist ist es mir egal wenn sie krümeln so da haben wir jetzt erstmal gesettelt als nächstes gehe ich in my story und vertiefe mir erstmal ein bisschen meine lidfalte nimmt gut produkt auf hier und setzt das hier so ein bisschen also ja es ist nicht meine lidfalte es ist ein bisschen darüber aber ich habe ein schlupflid und da kann man auch mal ein bisschen weiter oben ansetzen zweite schicht hat eine sehr gute pigmentierung ist jetzt nicht sehr doll ist aber auch ja nur so ein transition ton so jetzt habe ich zwei schichten auf jeder seite als nächstes ist das ein matter ton ne ist kein matter ton okidukili was mache ich jetzt coole frage nächste vorange ich nehme jetzt einen flachen Lidschattenpinsel und gehe hier in game changer das ist diese farbe hier und gebe die mir hier außen auf ok diese schimmerfarbe lässt sich jetzt gerade nicht so gut auftragen dann nehme ich mal so ein pencil brush ist jetzt auch nicht besser aber ich habe gerade nichts anderes doch funktioniert aber schon besser topfe ich so vorsichtig am äußeren ende auf so dann gehe ich in so gorgeous das gibt es gibt es davor auf also ein bisschen fallout unterm auge habe ich aber das lässt sich wahrscheinlich gleich ganz gut weg bürsten so danach gehe ich in funfair und gebe den hier vorne hin um so ein bisschen so einen verlauf zu schaffen also mit dieser palette kann man natürlich auch nur alltags looks schminken also ich glaube so einen richtigen kaboom make up ich habe mir gerade ins auge gepiegt warte ja so ein kaboom make up wird man damit nicht hinkriegen mir ist mein äußerer augenwinkel noch nicht dunkel genug deswegen nehme ich jetzt einen etwas kleineren blendepinsel und gehe in with a feeling und gebe das hier außen hin tupfe das vorsichtig auf ja wird schon dunkel wer meinen videos noch nicht lange folgt ich tupfe mir immer erst das pigment hin und fange dann an zu blenden ist meiner meinung nach immer am leichtesten also für mich jedenfalls so ist mir das dunkel genug nein ich lege noch eine schippe drauf tupfe wieder das pigment auf und verblende es wieder ein bisschen so um mir das noch softer auszublenden nach oben hin gehe ich wieder in den größeren blendepinsel und gehe nochmal peach out das ist hier die peachfarbe und blende hier oben nochmal über den Übergang und halt bis so hier nach oben weil es ist ja eh nur eine peachfarbe und ups die sieht man ja dann eh nicht so so das ist mir jetzt soft genug seht ihr hier ist ein bisschen fallout ich fege das mal kurz weg ok das ging jetzt so semi gut aber es ging auf jeden fall so machen wir noch den unteren wimpern kranz und zwar gehe ich da als erstes wieder in my story und da so einen flachen lidschattenpinsel so und ins äußere gehe ich dann nochmal mit den with a feeling so so weit so gut und weil da kein heller schimmerton bei ist werde ich jetzt in die farbe doch ist ja dann schimmerton shine on gehen dieses weißliche hier oben das gebe ich mir ein bisschen unter die augenbraue oh gott ein bisschen nika ein bisschen ach das muss ich gleich verblenden keiner kann ahnen dass er so doll ist gib mir auch noch ein bisschen in den innenwinkel ach ey ich bin echt ja super nika super mit einem schmaleren pinsel immer so das soll jetzt erstmal mein look sein ich muss das hier noch ein bisschen verblenden ich glaube jetzt ein bisschen besser ja die palette macht einen sehr guten eindruck kann man auf jeden fall für den alltag super benutzen die einzige farbe die ich jetzt nicht benutzt habe ist diese kann ich mir auch gut im urlaub vorstellen wenn man nicht so ein kravum make-up haben möchte sondern relativ natürlich dann reicht das auf jeden fall aus die darf auch erstmal bleiben dann möchte ich einen neuen eyeliner ausprobieren und zwar habe ich hier von essence den liquid eyeliner waterproof oder aber eine recht dicke spitze auch wenn das steht super soft tipp ultra soft sogar wir schauen mal ob wir damit was schönes hinkriegen ok also einen super soften liner damit hinzukriegen ist nicht ganz so leicht ich finde die spitze hat definitiv ein bisschen zu dick also ich kriege damit einen liner hin aber ich möchte jetzt mal behaupten anfänger kriegen das bestimmt nicht hin damit also andererseits gibt die spitze auch nicht so viel nach was für anfänger natürlich auch einfacher ist ich weiß noch nicht aber er ist auf jeden fall schön schwarz und deckend also man muss da nicht 1000 mal drüber macht für mich jetzt erstmal bis auf diese spitze einen guten eindruck traut mir glaube ich ein bisschen matt runter wenn ich das jetzt richtig sehe ja wir lassen uns mal überraschen ne darf erstmal bleiben ach so ja ich wollte ja gucken hat dieser nix contour freak der hält die augenbrauen schon in die richtung die sind aber nicht so extrem zu getackert wie mit den benefit 24 hours brow setter der tackert hier richtig so fest das merkste er ist ja wie klebstoff das ist softer aber das hält sie trotzdem gut fest so einen neuen mascara primer habe ich auch den number one die number one lash foundation und base von trended up die number one mascara habe ich hier auch gerade in verwendung von der bin ich noch nicht so überzeugt gucken wir mal ob das hier mehr kann hat auf jeden fall eine kleinere bürste ich komme mit den großen bürsten immer nicht klar ich weiß ganz ganz viele schwirren auf diese großen bürsten ich kann damit gar nicht um also ich weiß nicht kriegt das da nicht hin ok es ist gar nicht so weiß wie ich das jetzt erwartet hätte es ist eher so ein bisschen peach farb gut rosé seht ihr die sind jetzt nicht so extrem weiß ja schauen wir mal wir lassen das ganze ein bisschen antrocknen auf den unteren wimpern mache ich das nicht sondern nur auf den oberen in der zeit wo das ein bisschen antrocknet nehmen wir jetzt mal das ist ein lippchen lippenstift hier ist ein lippenstift von al verde von vanessa may die farbe v glaube ich oder 10 vielfalt oder sowas keine ahnung ja genau den benutze ich jetzt als ein schöner newton also irgendwie deckt der kaum ich muss da 1.000 rüber gehen da wird da eine halbwegs deckende schicht aufbaut ist nicht so meins muss ich sagen ich fürchte der wird mich verlassen so kommen wir jetzt zum mascara bevor das ganz durchgetrocknet ist da habe ich hier die tote temptation von maybelline die hatte ich glaube ich im adventskalender die habe ich auch noch nicht benutzt das ist eine kleine reisegröße so ein bürstchen relativ groß ich hoffe ich komme damit klar so erste schicht überzeugt mich noch nicht so machen wir eine zweite schicht also in der zweiten schicht überzeugt mich das schon mehr ist natürlich auch immer fies wenn ich mascara teste weil ich so kleine stummelwimpern habe aber naja ich mache jetzt noch eine dritte schicht und dann sollte das glaube ich gut sein so ich habe jetzt die mascara patzer noch nicht weg gemacht aber ich habe jetzt natürlich auch ein lidstrich aber doch ich finde die ganz schön eigentlich die tut auf jeden fall was für mich ja ihr seht davon jetzt nicht so viel wegen den lidstrich aber ich finde die sehr gut die darf erstmal bleiben auch mit dem bürstchen komme ich gut klar ja ich mache eben mein gepatze weg und dann zeige ich euch den look nochmal näher dran so ich habe das jetzt so grob mal sauber gemacht und ich zeige euch jetzt den look nochmal von näher dran ja genau das ist der look ich finde den ganz süß ja ich bin jetzt auch kein schmink pro also ich würde behaupten dass ich mich schon ganz gut schminken kann und andere aber ich bin jetzt natürlich auch kein pro aber ja genau das ist auf jeden fall mein fertiger look mit den full face first impression ich hoffe es gefällt euch ihr könnt mir ja mal wenn ihr produkte davon auch habt dann könnt ihr mir ja gerne mal eure erfahrungswerte in die kommentare schreiben bei mir werden auf jeden fall drei produkte ausziehen und zwar der lippenstift weil der mir einfach nicht genug farbe abgibt genau ist halt nicht so meins deswegen der wird mich wieder verlassen der concealer wird mich verlassen der hat mir einfach keinen effekt und viel zu hell deswegen wird er mich auch verlassen und die karschen foundation von physicians formula wird mich auch verlassen weil die einfach zu dunkel ist genau ja die anderen produkte dürfen alle bleiben und mit den anderen bin ich auch sehr zufrieden dann würde ich mich freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben gebt wenn ihr mir natürlich auch kommentare schreibt ich freue mich jedes mal darüber und ja vergesst auch nicht meinen kanal zu abonnieren und folgt mir auch gerne auf meinen social media kanälen und dann würde ich mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid tschüss mit